Ich bin Jonas von der Band Kafka, die schreibt sich K-A-F-V-K-A, das ist der Herr Stefan von der gleichen Band, Kafka. Wir sind aus Berlin heute zu Besuch, hier in Frankfurt, weil ich mich nicht täusche, und wurden von Markus mit C gebeten, jetzt mal ein bisschen zu quatschen über, ich würde es mal so zusammenfassend, Beweggründe, warum tun wir uns den ganzen Nerv an, dass wir irgendwie von Berlin morgens um, ich bin heute 5.20 Uhr, hat mein Wecker geklingelt, aufgestanden, um das kurz zu intervenieren, meinen Tag, unseren Tag, ja, Herr Stefan, 5.20 Uhr hat mein Wecker geklingelt, dann bin ich zum Proberaum gefahren, dort haben wir den ganzen Scheiß aus dem zweiten Stock runtergeschleppt, das heißt, das Schlagzeug, Gitarre, Bass, bla bla bla, den ganzen Quatsch, riesige Boxen, dies, das, haben uns ins Auto geladen, haben uns noch kurz mit Essen versorgt, sind nach Frankfurt gefahren, waren dann nachmittags hier, mussten erstmal warten, 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 dann konnten wir Soundcheck machen, dann ging es auch sehr rasant, dass wir ein bisschen technische Probleme heute hatten, das ist natürlich nicht der Normalfall, aber dennoch war es natürlich viel Aufwand dafür, dass wir jetzt eine halbe Stunde hier gespielt haben, wir haben Support Act gespielt heute von Radio Havana, sehr geil, freut uns sehr, genau, aber im Endeffekt geht es ja darum, warum tun wir uns das an? Eine halbe Stunde Konzert, vorher derbe viel Aufriss, würde ich sagen, es war anstrengend, und am Ende haben wir vor, ich weiß nicht, nicht tausend Leuten gespielt, es war ein bisschen weniger, würde ich mal sagen, und was gibt uns das? Also, ich weiß nicht genau, was ist der Antrieb? Generell würde ich kurz unterscheiden, meine Texte zu schreiben, es ist Crossover-Musik, die wir machen, das heißt harte Gitarrenmusik mit Rap, ich komme eigentlich aus dem Hip-Hop-Bereich. Meine Texte zu schreiben ist für mich ein Zwang, ich kann nicht anders, ich muss immer, wenn mir was in den Kopf kommt, aufschreiben und befasse mich deswegen in den Texten auch einfach mit Sachen, die mich bewegen, die mich aufregen oder freuen oder dies, das, was auch immer. Das ist quasi ein Zwang, also selbst wenn ich jetzt nicht bei der Band Kafka mit K-A-F-V-K-A spielen würde, gar nicht musikalisch aktiv wäre, müsste ich das aufschreiben, ich glaube, es gibt gar keinen Weg daran vorbei, das ist jedenfalls mein Erfahrungswert der letzten 15 Jahre. Und mit der Band gemeinsam ist das, was wir auf der Bühne erleben, eine ganz große Energie, die da passiert, auf jeden Fall, die uns, glaube ich, allen Adrenalin gibt, auf jeden Fall. Also es ist auch krass zu beobachten, weil egal wem aus der Band, egal wie scheiße man vorher drauf ist oder wie müde oder kaputt man ist oder so, sobald wir im Kreis stehen und uns irgendwie so ein bisschen einschwören und uns ein bisschen körperliche Energie auch geben natürlich, und wir dann auf die Bühne gehen, pusht es. Also da ist was da, egal auf wie viele Leute vorne stehen, nicht ganz egal, wenn es 1000 Leute sind, ist es mehr. Bei heute unter 1000 ist es leicht weniger, aber hat immer noch sehr viel Spaß gemacht trotzdem und macht immer wieder Spaß. Und ich glaube, am Ende geht es auch gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwie neue Facebook-Likes kriegen, wie durch dieses Video hoffentlich, sonst würden wir es natürlich überhaupt nicht machen. Es geht nämlich nicht mehr um Money, ich meine, das Format spricht ja von Money, von Geld, sondern es geht natürlich auch viel um Klicks, um Aufmerksamkeit, aber auch darum geht es bei uns im Endeffekt nicht. Es freut uns natürlich, wenn Leute interessiert sind an unserer Musik, an den textlichen Instrumenten, an den politischen Inhalten, aber ich glaube, das ist einfach so ein, tja, wie kann man es beschreiben? Ich weiß nicht, hast du ein Wort dafür gedacht? Leidenschaft. Oh, Leidenschaft. Großes Wort, Passion. Aber das trifft es tatsächlich gut. Es klingt so klischee-mäßig, die leidenschaftlichen MusikerInnen, aber ich glaube, das trifft es sehr gut. Gut, dass wir das zusammen machen. Das funktioniert, wie gesagt, viel über Adrenalin, viel über Energie und natürlich auch das Feedback, was Menschen uns vor der Bühne zurückgeben und was sie uns auch nach dem Konzert geben, im Gespräch, am Merchstand oder wenn sie eine CD kaufen. Unser neues Album ist heute erschienen, By the Way, es heißt Hände hoch. Und ja, wenn es einfach irgendwie ein positives Feedback gibt, fühlt sich das natürlich total gut an, weil wir, keine Ahnung, jede Woche mindestens zweimal abends neben unseren Jobs, die wir natürlich haben, uns abends im Proberaum treffen und das Set proben für einen Auftritt wie heute, für unter tausend Leute oder auch für größere Auftritte natürlich. Aber wir stecken derbe viel Zeit rein, wir stecken derbe viel, keine Ahnung, wir labern alle unsere Freundinnen voll, Freundinnen und Freunde natürlich mit dem ganzen Quatsch. Und tja, am Ende ist es wahrscheinlich die Leidenschaft, die irgendwie das bringt. Und das ist auch für mich, also auch beim musikalischen, beim gemeinsamen Spielen, wie bei den Texten so eine Art Zwang. Also ich wüsste jetzt nicht genau, wo ich die Energie sonst rauslassen sollte. Ja, und Scheiß auf Geld sowieso ist ja Thema in diesem Format. Und hast du dir auch wen ausgesucht, der dir da total zustimmt, Markus mit C, dass Geld einfach derbe, also für mich jedenfalls derbe unwichtig ist, für Herrn Stephan glaube ich genauso. Genau so, weil, weiß ich nicht, was bringt es im Endeffekt. Also es gibt die Möglichkeit zu konsumieren, natürlich sind wir alle so sozialisiert, jedenfalls die Leute, die hier aufgewachsen sind, so sozialisiert, dass es uns eine gewisse Befriedigung gibt, wenn wir Dinge konsumieren, ob das jetzt Kleidung ist, ob das irgendwie ein Telefon ist oder sonst was. Das ist Anerzogung, da kommt man auch schwer raus. Ich persönlich, kann ich jetzt nur für mich sprechen, macht es seit Jahren so, dass ich keine neuen Dinge konsumiere, sondern nur gebrauchte Dinge, dass das so ein bisschen in der globalen Wirkung beeinflusst natürlich. Also wenn ich mir nicht immer ein neues Billig-T-Shirt von Primark oder H&M kaufe, kann ich sagen, ich habe meine Finger da nicht drin, wenn Leute in der Fabrik irgendwie sterben oder wenn sie ein Scheißleben haben, wenn sie sechs, sieben Tage die Woche irgendwie zwölf Stunden arbeiten gehen für einen Scheiß, für einen Scheißlohn. Da kann ich jedenfalls für mein eigenes, persönliches Gefühl ein bisschen was ins Positive verändern. Wobei man auch da, finde ich, aufpassen muss, da nicht dogmatisch zu werden. Also ich will damit auch eigentlich niemanden volllabern. Jetzt in diesem Format mache ich das gerade mal, weil das irgendwie sich so anbietet. Aber generell muss es natürlich jeder Mensch für sich selbst entscheiden, wie viel Teil er an diesem Neukonsum haben will und an der ganzen Produktion, die da global kursiert und die ganzen Transportwege, die natürlich auch Auswirkungen haben und die Herstellung von Produkten, bla bla bla. Das wissen wir alle, das kann man auch googeln. Die Menschen, die jetzt gucken, sind gerade auf YouTube. Servus. Jetzt haben wir endlich ein Skateboard hier, aber immer noch kein Bier. Scheiße. Egal, ihr könnt es auch alle googeln und alle wissen das ja im Endeffekt auch. Und ich finde, es ist auch nur meine Meinung, am wichtigsten ist immer ein gewisses Bewusstsein, also dass mir klar ist, wir würden das Interview noch kurz zu Ende machen. Danach können wir skaten. Das Wichtigste, finde ich, ist immer ein gewisses Bewusstsein zu haben darüber, was sind die Folgen von meinem persönlichen Verhalten in meiner Befriedigung, meiner Konsumgier, kann man es vielleicht nennen, um so ein großes Wort zu benutzen, oder meiner Lust am Konsum, die ich natürlich auch kenne. Auch wenn ich mir bei Kleiderkreisel irgendwie ein Shirt umsonst, äh, nicht umsonst, ein Shirt gebraucht bestelle, hat das natürlich was von der Befriedigung meiner Konsumgust. Genau, und wenn dieses Bewusstsein da ist, was das für Auswirkungen haben könnte oder hat, von dem, was ich konsumiere, dann finde ich das immer schon am wichtigsten. Ähm, sehen Sie das auch so, Herr Steffen? Ja. Ich rede zu viel, ich weiß, aber das war ja auch Teil des Formats und der Plan, ein großer Monolog. Äh, wie gesagt, wir, äh, sind eine Band aus Berlin, wir spielen Crossover, voll wie in den 90ern und so. Ihr wisst, äh, ja, harte Gitarren und Rapmusik. Heißen Kafka, wir schreiben uns K-A-F-V-K-A, liked uns, liked Markus mit C und, äh, sprecht uns nicht an. Doch, sprecht uns an. Peace. Peace. Peace.